1 Nr. Nein hat er nicht. Ich hab's noch gesehen. Wollte eigentlich zurück und einen Guben kaufen. Das kann man so leicht treffen. Hast du einen Warpowder für mich? Ja, aber bringen wir eins mit. Also hol dir quasi 2. Gott, warum war ich getroffen? Niklas bitte beeil dich. Oder Yonaruto kommt mit 2 Warpowder. Ist mir ja nicht egal. Leute, warum war ich getroffen, man? Ich bin fast tot. Ähm Leute, ich bin fast tot. Könnt ihr mal bitte in die Mitte kommen? Ja, sofort. Okay, ich bin fast tot. Ja, ich bin sofort da. Ja, aber ich hab immer noch 10 Gold übrig. Merk mit Yonaruto. Ich bin unterwegs. Okay, ja, gib mal her. Bitte, 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 bitte. Bopper, oder? Alter, ich bin fast tot, ey. Hallo, wie zum Beispiel. Hast du? So wächst sich ganz leicht. Hä, wo zur Hölle? Hä, von wo zur Hölle? Ah, drüben. Wo zur Hölle wolle die gesnackt? Alter. Hallo, ist er in der Mitte? Da ist ein blauer. Äh, hey, ich hab den noch grad geschlagen. Wollen wir mal rüber zu blau? Und nicht killen? Warte, mach ich hier mit. Ich brauch aber noch einen. So, ich komm in die Mitte. Ja, ich bin tot. Äh, hallo, ich brauch mal Hilfe hier drüben bei blau. Ich bin tot in der Mitte. Da kommt einer mit, da war einer mit Stärke, Trank und Eisenschwert. Team Rot ist in der Mitte. Ja, geh mal weg, geh mal weg. Team Blau ist gleich ausgelöscht, das war's dann. Ja, aber da ist Team Rot. Ich hab schon schnell. Hm. Ich, 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 ich jage mir gerade, also... Ja. Hab den Blau vernichtet. Ja, der ist kein einziges Mal getroffen, wir können... Alter, zwei Goldäpfel sind in der Chest für den. Ja, der kommt doch mal bitte! Ja, der ist schon unterwegs. Oh, fuck Team Rot ist in der Mitte. Ja, ne, echt. Der hört uns nicht zu. Der Junge hört uns echt nicht zu. Ja, der hört uns echt nicht zu. Soll ich nicht zu, äh, zu unserer Base tippeln? Jaaaa! Nein, komm von hinten, komm von hinten, komm von hinten. Oder komm von hinten, nein von beiden. Ich bin nicht zu sehen, Michael, das ist ja die Scheiße. Nein, ich sehe mich nicht. Komm von hinten, dann ist... Ich bin ja nicht hier hinten, ich bin an der Seite. Ja, dann komm man, wir sind fast beide tot, alle tot. Beziehungsweise ich fast tot und ich bin die einzige, die noch equipped ist von allen. Ja. Da hab ich auch einfach mal die Base tippeln. Ja, dann komm! Also... Also... So, das Eis kommt ein ganzer Mensch, komm rüber. Ja. Jetzt ist es zu spät. Alarm, Alarm! Okay. Ja, noch, du hättest ein paar Minuten eher kommen müssen, nicht immer das ganze Eis noch einsamen müssen. Ist der dumm und kommt mit Schafen! Weg da! Weg da! Weg da! Weg da! Weg da! Weg da! Das ist eigentlich ne gute Idee! Naaah... Dieser... Ah, hier noch... Na gut, du bleib da weg! Da, du fliegst da hinten in der Luft. Eigentlich... Ah! Müssten jetzt das wieder... Es sind halt nicht nur Nachteile. Wir haben jetzt halt unsere... Wett ist B ass zu schön, also... Da gefällt mir ein bisschen Eis an der Kiste. Da ist jetzt wein zu Hause. Wow, 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 wow. Wo, 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 wo? er hat ein bisschen angespannt anfangs ich hätte meinen zehn größen schon weg die ich auch ein wenig zu mehr er hat sie mir ich hab noch zwei als alle geäuern sind und alle anderen die erhörten die Gäste sind weiter menschlich mit schlafen aber zu dir um naja machen z.B. wenn du vorne bist hier hast du vor Blöcker wenn du schon einmal vorne bist du bist bei Brütsporn wie die Trocken Wer hätte ich getroffen, der Streit freisteht? ich hab den auch getroffen nicht der, der da abhaut da bleibt grad wieder einer ach du hast ihn auch getroffen ich hab gar keinen Wettbewerb ich hab bis jetzt nur einmal getroffen ja ich werd nur nochmals getroffen ich wurde getroffen kann das echt nicht leiden ich krieg einen Anfall ich hab kein Bett mehr fällt ihm grad zu ein jaa ne echt wir müssen die einfach nur töten du bist echt so ein richtig Schnellchecker ich hab auch nur ein Eisenschwert braucht jetzt in der Kiste danke ah ok die bauen sich grad zu ja also man fall man fällt echt weit nach hinten man lässt sich wir müssen uns einfach hinten was bauen damit die einfach nicht mal abstürzen können ja ich will nicht so weit hinten nach hinten fliegen dass ich nicht so von den Damage bekomme die bauen sich die bauen sich ich weiß dass sie sich zubauen die Anfall ich baue jetzt so wie in die Skybrücke ich baue jetzt so wie in die Skybrücke ich würde uns hier einfach zwischendurch müssen wir einfach in ein paar Sniperpositionen reinbauen ich würde uns hier einfach zwischendurch müssen wir einfach in ein paar Sniperpositionen reinbauen so richtig spürlich ok sie haben es gesehen und bauen sich jetzt so dass ich sie nicht von hinten runter schuppen kann oh drei Blöcke hoch dann kann ich nämlich nicht abschießen erstmal so so boah erstmal nur tot so der eine hat Hacks an er hat er er guckt nach vorne sieht plötzlich ähm guckt plötzlich nach hinten und sieht mich wow alter Alter hey wovon hat er mich getroffen mitte ja getroffen nochmal getroffen hab ich auch noch roter schieß mit ähm Niklas die läuft dann da hinterher ja der mit den Hacks er er guckt die ganze Zeit nach vorne er guckt plötzlich nach hinten genau auf mich ja da kommt einer überall ne hab ihn getroffen den überall ja der der überall wollte den den hab ich getroffen er ist da oben da siehst du so Blöcke da da oben der wo grad da oberhalb von den Häusern rum läuft der will jetzt oberhalb kommen ne also bereit machen dass wir zurück rennen ähm wir müssen noch roter hoch gucken komm ja ich seh ihn da oben grade fuck ich wurde von irgendwo getroffen ja komm hier wo bist du denn hier hier den Gang ja warte du ist hoch halb okay dann geh du hoch ich hab mich ein bisschen weiter hoch gebaut geh hoch ich bleibe von da ach ja ich hab ihn getroffen obwohl ich gedacht hab ich treff den nicht da läuft ne sag mal da hinten sag mal bist du das hinten da wo ne wo ist hier fuck alter hä ist das einer von uns hier hinten wo das ist einer von dem ja bumm Junge bumm noch vier Stück ist das hier ist das einer von uns gewesen oh siehst du das was hier das Yonahoto was da hinten ist ist einfach nein warst du bitte mit ich bin fast tot ich geh zurück ich bin fast tot ich bin fast tot ich geh zurück ich hab zwei Gold gekommnet ich hab einen getötet nein ich hab einen weggesmiled hatte ich hab schon nen Gang nach vorne gebaut und noch nen Gold runter der ist sicher wo wo steht die ach hab einen gesammelt das ist so ne spannende Hunde es ist zwei Gold schon wieder es rechnet Gold so muss man sie nach vorne bauen so wie ich Yonahoto schau mal zack 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 ach ich bin heut schon oft genug gestorben macht jetzt auch nix wo sind die denn bitte ja vorne wer ist denn hier in der Mitte Yonahoto eigentlich müssten wir immer so ein links-rechts-linksgang sorry ich hab dich jetzt ausgebaut oberhalb sind die da komm mit von ihrer Base wieder guck mal ich lenke die damit perfekt ab warte mal ist einer überhaupt in der Base ich hab die in der Mitte so abgelenkt das nächste von uns ist es und da kommt ne kommt es bei uns ist doch da oben da oben Fakt und es bleibt einer GG komm zurück zurück und mit nachher komm rein dann komm mal nicht rein das er hat Schild gespielt das passt so ich geh zu warte kurz ich geh ah ich hab ja meine Snap-Position die krieg ich da oben hab ihn getroffen komm wir müssen den das ist der Hacker wir müssen ihn töten ja genau der trifft mich als ob der mich jetzt getroffen hat ja genau Alter ich hab ihn getroffen ja vier gegen vier Bett gegen kein Bett Jodo gegen ähm gegen ähm gegen ähm ähm ich hab's übrigens noch eine Sophia äh eins bitte da bleiben danke ich bin sofort da da bringen wir auch essen äh blöcke wird man nicht wer ist fast down das stimmt das nicht nein ich hab ihn fast runtergeboxt ein Block hat gefehlt knockback-stab-OP ich bring die Blöcke mit bist du down? ok ich mein Bogen geht bald kaputt ich bin ich bin bei uns das habe ich auch untergeworfen wollen ich bin ich bin so nach und jetzt acht das letzte so hoch das letzte so hoch ja dafür dass jetzt längere Zeit kein Erfolg kam ein bisschen längere oh man ey 8 Gold ich kann jetzt für 8 Gold einen Bogen holen Nein, lass ich hab das schon wieder noch ein bisschen gemacht ich glaube einer kommt von hinten, ich bin mir aber nicht sicher unbetroffen es ist voranstrengend hier ich sehe nur nicht ich gehe mal kurz in die Mitte und mach einer auf Solo mit ja da wurde ich ja gerade zweimal getötet der eine kommt sich die ganze Zeit drängt, die wird durchlaufen und wird dann getötet richtig sinnvoll der hat kein Knockback, der der Typ da oben ja, dann töten wir den halt so machen, Leben da doch, der hat Knockback, ich hab's grad gesehen eigentlich müsste der noch bekamen naja, seines ist ein Hacker aber natürlich keins, aber doch das ist doch WMTE für Bonus, Leute Boah, ich nehme es weiter rüber, wenn du ablenkst Wenn du ablenkst weiß nicht, ob ich das ablenken zähle was ist ich kann ablenken heijieiei heijiei ja, der schießt auf mich da oben der eine Zeit in den Karten aufpassen das Geld keine kommt Prozent sind die zu dritten noch bis das alles ist ein Leben der Handzeit was er aber ich über die Kinder jetzt kommt er gleich ist er dann an der Werner aus der Überraschung um wenn ich weiß mit Gold runter Okay, beide Spillmen. Gut, war gerade ganz kurz weg. In der Aufnahme ist es scheiße, ich weiß. Wow, ich geh vor und werd gesnipert. Genau, Niklas, sehr gute Ablenkung. Wieso, was macht Niklas? Ich hab ihn zweimal getroffen, in einem da oben. Jetzt geht er zurück. Ja, du musst ihn von stehen lassen. Der Hacker. Ah ja, zufällig nach oben hinten umdrehen. Ganz zufällig, ne? Ganz zufällig, du Loma-Rode, wie du heißt. Hä? Er tritt sich zufällig in meine Richtung um. Zufällig. Ach, wenn die Hacker doch sowieso schon nicht hacken können, ohne Hacks. Kommt wer mit rüber? Ich bin drinnen. Nee, ich werd jetzt gesnipert. Ganz oft, sehr viel. Deswegen bleib ich erst mal ein wenig zurück. Komm, wieder zurück, hier in der Route. Geht grad nicht. Komm jetzt einfach. Die wissen, dass wir hier unten sind, das wissen die. Und die kommen hier von da oben runter. Sei vorsichtig. Da hinten, da hinten, hinten. Ich glaub, die sind auch TeamSpeak. Natürlich, ansonsten, wenn die uns koordiniert haben. Hinten. Ich bin ein Leben noch. Ich komm zurück. Oh, Gott. Ich hab' einen Haufen Gold übrigens. Ja. Ich hab' mir ganz Gold genommen. Ich hab' mir ganz Gold genommen. Das ist gut, hier in die Kiste rein. Sind 24. Wow. Okay, wir haben wenigstens zwei Stück getötet. Und ja, jetzt ist halt der Hacker weg, ne? Und das ist ganz traurig. Nicht, oh, egal. Ja, ich hab' jetzt noch Sartrex und X7777. Cooler Name. Oh, Gott. Also, du guckst, cooler Name. Und, ähm, noch ein paar 7. Ja, noch ein paar 7. Können Namen nicht aussprechen. So. Wollen wir uns rüberwohnen zu denen? Wo sind die überhaupt? Ich weiß es nicht. Dann ist es auch schmerzlich. Die sind bei den... Oh, mein Eisenschwert. Hey, Digga. Hey, Digga. Wie kann man so einsprechen? Diggi. Hey, Diggi. Diggi. Na, Diggi. Das friedlich wird... ...als ob... ...lasst friedlich klären, da lief. Friedlich, ich kenne diese Art von Friedlich. Ich seh, die sind bei Rot. Ey, ich weiß, weil die sind noch zu zweit und wir sind zu dritt und haben TS. Also, wir haben noch ein Bett und TS. Ja, Diggi. Bei Geld bin ich. Nenn mich nicht, Diggi, sonst komme ich über... ...dem Stärketang. ...können in der Mitte... ...können in der Mitte, ne. Das sind ja hohe hier drüben. Das ist sie nicht. Geh mal in die Mitte, ne? Oh, wir müssen ja mal zu rot drüber. Hier. Hallo, wir sind die Mitte. We sind die Mitte. Wir haben Wert, okay. Nur so als Flödsinn. Selbasse, lass zu uns kurz erstmal. Wieso? in der Mitte nur ein bisschen Gold oder was auch immer Gott, habt ihr mich jetzt erschrocken? Ja, ich geh mal kurz zur Welt 6,9 und 3,9 Wo sind die? Was? Als ich runtergeflogen bin, hab ich mir so eine Rettungsinsel geholt und Steine dann bin ich sofort von der Rettungsinsel runter, weil die verschwindet ja nach einer Zeit und dann hab ich mir daneben eine Plattform gebaut, die nicht verschwunden ist Das ist unfair Dann müssen wir warten bis sie lieben und die sagen wirklich, mach, mach du das mal Leg deine ganzen Sachen in die Truhe und mach das mal Schau mal wo die sind So, ich war grad noch mal Schreib mal an, machen bringt auch nix So, es wird ein extra langer Folge, es sind jetzt schon Drei Folgen lang Du kannst ja einfach Cut machen und sagen Ja, wir spielen schon ein bisschen länger, dann ist was Warte, 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 ich schreib' Wenn er schreibt, ist ein Time Waste glaube ich schon, dass er unten ist So, lass mal wieder zur Base gehen, bevor die da rüber zur Base rennen Ja, Alter, das ganze Eisbremse Wahrscheinlich bauen die sich unterhalb und Aber die, wir haben ja das ganze Gold und können uns so mit irgendwie Stärketränke kaufen und so ne Pass auf, mein ganzes Inventar ist gleich Ja, mein Inventar ist komplett voll Oder was? Oder was? Voller Bronzer Na ja So, ein halber Stück Gold Und ich bin nicht weckt Dreierbogen, Eisenschwert Eigentlich würd ich ja jetzt pennen gehen, aber Ist doch erst 0.15 Ist doch erst 0.15 Ja, also wirklich Schlafen muss ich dann So, also die Kisten sind langsam voller Bronze Wo wolltest du hingehen? Wie viel kostet du eine Rettungsplatform? Ich hol mir ganz viele Blöcke Drei Gold Drei Gold Guck mal So, dann kaufe ich mir denn mal eine Rettungsplatform Der hat runtergesprungen bei uns Wo? Alter Ich nicht? Oder meinst du vom Gold oben runter? Ja Ja, das war ich Ja, das war ich Leg jetzt mal meine ganzen Sachen in die oberste Kiste Also zur Sicherheit Und tu nur Blöcke mitnehmen Da kann ich mir eine kleine Insel unten bauen Und wir können uns dann runterspringen Und nach so einem also runterrollen lassen Ja, ich, nee, ich lass mein Zeug in der Kurve Vor allem mit dem Bogen Da kannst du trotzdem nehmen wir noch Snipern Ja, wenn ich runterfall, dann rühst du auch nicht Ganz einfach Das Bett ist noch da Passt doch das Bett auf Klasse Ja, genau, da stirbt man an Fallschaden Was bei der Rettungszins? Jaaaa Genau deswegen habe ich, habe ich, habe ich mein Zeug abgelegt Weiß ich das sagen? Mach, mach mit, ähm, sei dich mit Spinnweben ab Weil ich sprühen runter und setze einen Ja, ist da jetzt immer noch die Spinnweben ab Also, wer bekommt da die ganze Zeit Schaden? Das macht mir Angst Nee, weil ich, ähm, die zur Ordnung in den Weg runter zu laufen Ich laufe mal kurz in die Mitte Lass mich mal ein paar Kisten gemacht Lass mich mal nicht so weit fallen, sondern ein bisschen niedriger Oh Oh Oh, die Blöcke Und man stirbt nur in so Publ Und man stirbt nur in so Publ